Hey und herzlich willkommen zu Part 19 der Sims 3 100 Baby Challenge. Wir sind hier zurück in Alpine County und spielen endlich wieder die 100 Baby Challenge. Ich habe das Gefühl, ich habe sie ewig nicht mehr gespielt, was auch der Fall ist, weil ich sie lange nicht mehr hochgeladen habe. Okay, ich höre auf zu labern. Heute sind zwei Geburtstage und zwar wird Lydia heute endlich zum Teenager. Ja, ich freue mich da so drauf, weil dann kann sie endlich auch ein paar Sachen übernehmen, die nur Erwachsene machen können normalerweise. Und Teenager können das auch nie nachher einfach aufzulabern. Und das freut mich wirklich mega. So kann Malia nämlich auch mal das Haus verlassen, ohne immer ein Kind auf dem Arm zu haben. Und ja, und zudem hat auch noch Robin Geburtstag. Er wird heute zum Kleinkind. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie er aussehen wird. Und ich habe aus Versehen mein Tutorial zurückgesetzt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, dass das irgendwie aus Versehen passiert. Und jetzt werden mir die ganze Zeit hier die Hinweise angezeigt. Ich weiß, das ist super nervig, aber ich kann da nichts für. Und ganz viele haben mir unter mein letztes Video geschrieben, dass Harry doch grüne Augen hat. Und Leute, da habt ihr absolut recht. Ich habe da nur einfach nicht drüber nachgedacht. Ihr habt ja wahrscheinlich gesehen. Ich habe ihm einfach irgendeine Augenfarbe gegeben. Das tut mir sehr, sehr leid. Und es war auch die Diskussion, ob Harry grüne oder blaue Augen hat. Ich weiß es gerade nicht. Irgendwie war da eine Diskussion. Ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall hat er im Buch grüne Augen. Und deshalb werden wir das natürlich jetzt hier ändern. Im Stylist-Modus. Damit alle wieder zufrieden sind und alle ruhig schlafen können. Nein, Spaß. Ich weiß noch gar nicht, was wir heute alles vorhaben. Auf jeden Fall müssen wir halt Geburtstag feiern, weil wir einen erinnerungswürdigen Tag hier erleben. Nein, die Haare möchte ich nicht ändern. Die können so bleiben. Auch wenn viele die Frisur nicht so toll fanden. Aber ich finde sie toll. Also ich finde, es passt irgendwie zu Harry. Und bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was einer Narbe ähneln könnte. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das machen möchte. Muss ich mir nochmal überlegen. So, wo sind denn hier jetzt mal passende Kontaktlinsen? Sollen wir diese nehmen? Ich glaube, die hier sind ganz gut. Und dann ändern wir die einfach in eine wunderschöne grüne Farbe. So. Und dann vielleicht... Ich finde die Augenfarben zu erstellen immer so schwierig, weil es sieht nie so aus, wie man sich das wünscht. Aber so ist schon gut. Jetzt hat er wunderschöne grüne Augen. Lassen wir es jetzt einfach mal so. Und dann können wir jetzt weiter starten ins Let's Play. Viele haben sich schon gefragt, wann kommt endlich wieder eine Folge 100 Baby Challenge gestern, als ich die Supernatural-Folge hochgeladen habe. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, aber meine Parts kommen immer abwechselnd. Also es kommt immer eine Folge Supernatural, eine Lebensfreude, eine 100 Baby Challenge oder halt eine andere Reihenfolge. Auf jeden Fall kommen die immer abwechselnd, damit alle zufrieden sind. So. Hier geht es schon wieder heiß her. Robin ist am Heulen. Harry hat Hunger, deshalb kann er sich hier dann schon mal ein paar Waffeln nehmen. Zum Glück haben wir noch welche im Kühlschrank. Oh, Robin hat sich eingekackt, braucht Aufmerksamkeit und ganz viel Liebe. Ähm, gebe ihm mal einen frischen Windel. Dann können wir ihm die Flasche geben. Dann kuscheln wir noch ein bisschen und spielen mit ihm. Und yes, ist der Rest der Crew schon wach? Naja, die schlafen noch, das ist gar nicht schlimm. Caleb schläft hier in seinem Roboter-Modus, warum auch immer, aber pfff. Und träumt von Radioaktivität. Und das ist auch mal das, wovon ich träume. Hier sieht es aus wie im Saustall, ne? Lydia hat Geburtstag, juhu! Und Robin hat Geburtstag. Wie aufregend. Ähm, ich bin echt am überlegen, wie wir das jetzt machen sollen. Denn ich möchte eigentlich echt umziehen. Und ich weiß aber nicht, ob ich in eine neue Stadt umziehen soll oder nicht. Und äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr machen würdet. Also ich kann euch ja mal sagen, welche Städte ich habe. Ich habe alle Städte, die es von den Erweiterungspacks gibt. Dann habe ich als Custom-Content-Stadt, äh, Alpine County, Meadow Glen und... Evansdale County. Evansdale County würde ich aber nicht so gerne spielen, weil da spiele ich ja mit der Lebensfreude-Familie. Ähm, und dann habe ich noch Hidden Springs aus dem Shop und, also aus dem Sims 3 Store. Und Monte Vista habe ich auch noch aus dem Store. Äh, also könnt ihr mir vielleicht noch mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet, wo wir hinziehen sollen. Und, äh, jo. Okidoki, Antischoke. Jetzt ist Lydia auch aufgewacht, das ist gut. Dann kann sie jetzt hier auch mal duschen gehen und sich einen kleinen Snacki gönnen. Und zwar nimmt sie auch mal Waffeln. Harry muss mal hier kurz die Teller aufräumen. Was wolltest du machen? Mit deiner Mutter tratschen. Das, äh, geht jetzt gerade nicht. Äh, das macht Caleb jetzt mal. Nein, Malia hat keinen Bock. Malia läuft einfach voll weg. Naja, egal. Äh, vielleicht kann ja gleich mal hier jemand die ganzen Sachen von, äh, Bella weg... Ach, ne, heißt die... Wie heißt die Lady? Wieso sage ich mal Bella? Oh Mann, du nervst doch auf. Hier ist es ganz schön frostig. Es sieht aus wie, äh, in Realität, im Real Life. So sieht es nämlich auch die ganze Zeit hier aus, weil es überall frostet, aber kein Schnee liegt. Es ist einfach nur eisekalt. Aber die Sonne scheint. Das ist gut. Wer hat was geschrottet? Du hast das Waschbecken geschrottet? Richtig? Ja, natürlich. Dann müssen wir gleich mal schauen, ob Malia das mal richten kann. Und dann möchte ich dir gerne den Napf füllen. Caleb, hast du jetzt irgendwas zu deinem Wohlbefinden getan? Nein, ne? Naja, er geht auch einfach in seinem Roboter-Modus. Beschwer dich nicht, falls du irgendwie geärgert wirst in der Schule, Junge. Beschwer dich nicht. Du hast nur Socken eingebaut. Okay, ich sage einfach gar nichts dazu. Viel Spaß in der Schule, Kinder. Viel Spaß. Have fun. Wir werden von einem Auto überfahren. Wo ist denn das dritte Kind? Ich sehe nur zwei. Okay, es sind nur zwei Kinder in der Schule. Alles klar. Ja, okay. Interessiert mich nicht. Weiß jemand, wie man das ausstellen kann wieder? Ich weiß nämlich nicht, wie es geht. So, Malia. Jetzt kannst du mal hier das Haus ein bisschen auf Vordermann bringen. Genau. Füll mal den Napf auf. Dann reparierst du mal bitte hier den... 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 Wasserhahn. Und dann legen wir mal die Spielzeuge weg, weil das macht mich bekloppt hier. Und dann würde ich sagen, feiern wir den Geburtstag von Robin einfach jetzt schon ohne die anderen Kids, weil sonst ist das gleich zu viel Hicka hin und her. Wenn sie dann nach Hause kommen, ist er auf magische... Ups. Auf magische Art und Weise ist er zum Kleinkind geworden. Ich kann dieses Haus nicht mehr sehen, ne? Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Aber wir haben einfach zu wenig Geld. Ich muss mich wirklich um mehr Geld kümmern. Lydia muss auf jeden Fall einen Nebenjob annehmen. Das wäre super, wenn sie das heute machen könnte. Und, ähm... Ja, ich weiß. Nervt nicht. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann legen wir jetzt noch die, ähm... Spielzeuge weg. Dann kann sie sich auch mal was anziehen, weil sie läuft die ganze Zeit nur in ihrer Unterwäsche rum. Und dann können wir schon Geburtstag feiern mit dem guten Robin! Ich weiß noch gar nicht, äh... Wie er aussehen wird. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Wer war dann nochmal der Vater? Ich glaube Brandon, ne? Okay. Dann feiern wir jetzt mal hier Geburtstag mit Robin Gomez. Harry hat seinen ersten Schultag angetreten. Wie aufregend! Ich habe übrigens noch nichts gegessen. Deswegen habe ich noch nicht so mega viel Energie wie sonst. Aber wir haben Samstag. Und Samstag ist Chill-Tag. So, und los geht's! Wir brauchen natürlich ein Bild von diesem, äh, Moment der Freude. Oh, ich freue mich schon so, wenn wir ein neues Haus haben, ne? Ich will ein richtig schönes, cooles Haus. Aber dazu müssen wir erstmal hier entweder die Lebenspunkte... Oh, guck mal! Wir haben ja fast die... Warte mal. Haben wir genug? Wie viel brauchen wir noch für das Erbe? 30.000. Okay. Wenn wir noch ein Kind bekommen, dann kriegen wir 4.500. Und da 7.500. Das heißt, wir müssen einfach nur ein Mädchen bekommen. Dann klappt das. Dann können wir umziehen. Das wäre wirklich richtig super. Wir können auch innerhalb dieser Stadt umziehen. Das ist mir ganz egal. Ich muss nur aus diesem Haus raus. Ich kann es einfach überhaupt nicht mehr sehen. Aber erstmal schauen wir uns jetzt an, was aus dem kleinen Robin wird. Wie er denn gleich aussehen wird. Schwimmen wir mal ein bisschen vor. Oh, guck mal. Ihr ist schon schlecht. Wenn du keinen Bock hast, mit deinem Kind hier zu feiern, dann wischet man die Fitze auf. Und wie sieht er aus? Oh, er hat schwarze Haare. Okay. Warte mal. Brandon hat braune Haare, oder? Wow. Wir haben jetzt schon drei Kinder mit schwarzen Haaren. Das Gen scheint sehr dominant zu sein. Dann schauen wir dann doch direkt mal in den Stylist-Modus. Ich habe das Gefühl, wir stylen hier in jedem Part. Aber das ist nun mal mit so vielen Charakteren, ne? Oh, hallo, du cutie patootie. Guck mal, er hat auch so wunderschöne grüne Augen. Wow. Er ist so süß. So ein Süßer. Okay. Dann schauen wir jetzt mal, was wir ihm für Haare geben werden. Ich habe das Gefühl, ich kann, ich muss immer allen die gleichen Haare geben. Weil ich weiß nicht, welche, wer er schon hatte. Und, ach Gottchen. Mein Leben ist so hart, ich weiß. Oder wir geben ihm so irgendwas, wie so eine... Ne, das sind ja so ein Wintermützen. Ich bin überfragt. Sollen wir ihm einfach so kurze Stoppelchen geben? Ne, ne? So was? Das haben wir auch schon 500.000 Mal. Vielleicht diese langen Haare. Ja, komm, die sind doch süß. Ich glaube, die hatte schon irgendwer, aber ist mir jetzt egal. Das ist mir echt... Ich kann mir das einfach nicht merken. Wir brauchen mehr Mädchen in diesem Let's Play. Ich hoffe, das nächste Kind wird ein Mädchen. Das wäre wirklich schön. Okay, wir haben jetzt Frühling. Das heißt, wir können ja schon ein bisschen so was Frühlingshaftes anziehen. Guck mal, so was hier wäre doch schön, wenn wir so was ihm anziehen würden. Oh, guck doch mal. Wow, Robin. Das sieht echt süß aus mit den Stiefeln, oder? Ja, komm, das lassen wir so. Das sieht doch niedlich aus. Ah, bei der Abendkleidung müssen wir jetzt mal schauen. Nehmen wir dann wahrscheinlich wieder das gleiche wie immer, ne? Ja, aber die pinken Nikes tun wir weg. Die sind nämlich nicht schick genug. Dann nehmen wir die mal. Damit wir nicht mal immer die gleichen haben, aber man sieht seine kleinen Beinchen. Deswegen ziehen wir ihm noch keine Socken an, weil es keine Socken gibt. Okay, Schlafanzug. Was hat er denn da an? Oh, guck mal, mit so kleinen Marienkäfern. Das kann er anlassen. Das sieht süß aus. Äh, Badekleidung. Ziehen wir ihm hier wieder diese kleine Badebuchse an. Und die Musik wird laut. Das haben wir doch alles schon vermisst, oder nicht? Was sagt ihr dazu? Okay, sorry. Äh, Outdoor-Kleidung kriegt er am besten. Äh, ich weiß nicht. Ne, der braucht keinen Schneeanzug. Ich meine, das ist jetzt Frühling. Da können wir ihm hier so eine, so eine süße Schweinchenjacke anziehen. Ich weiß nicht, was seine Lieblingsfarbe ist, aber ich tue jetzt einfach mal so, als wenn es rot wäre. Äh, ja, die Hose kann er eigentlich dabei anbehalten. Schuhe. Ziehen wir mal die Stiefel hier an. Und dann kriegt er noch ein paar anderes. Aber braucht er überhaupt Handschuhe? Ja, komm, zieh mir eben die roten Handschuhe an. Und dann ist der kleine Robin auch schon fertig. Ey, so süß. Ich muss mir mal wieder aufschreiben, was ich alles mit diesem Let's Play machen wollte. Es ist so schwer, alle Let's Plays beieinander zu halten und dann nicht zu vergessen. Deswegen habe ich hier auch so eine Liste, was ich immer machen möchte. Aber dann muss ich das auch immer alles aufschreiben. Und sie wünscht sich, Robin das Sprechen beizubringen. Das kannst du gerne machen. Dann erfüllen wir eben den Wunsch doch gleich mal. Hast du überhaupt Hunger? Willst du jetzt Kuchen essen? Ja, doch. Doch, sie hat Hunger. Dann kannst du jetzt gleich noch was Kuchen essen. Und ich würde sagen, ich überspringe jetzt den Rest, bis die Kids aus der Schule kommen. So, der Schultag ist vorbei und wir haben jetzt hier eine Benachrichtung bekommen, dass alle Kinder morgen einen Ausflug an den Ort Mausoleum der Familie Butterfield unternehmen wollen. Und natürlich unterschreiben wir diesen Antrag. Lydia wird das ja eh nicht mehr betreffen. Sie ist ja dann schon Teenager. Aber wir haben gerade noch die Möglichkeit bekommen, ihre Noten ein bisschen zu verbessern. Das macht sie jetzt noch schnell, bevor sie dann zum Jugendlichen wird. Weil dann kriegt sie vielleicht noch eine Eins. Und das wäre doch nicht schlecht, oder? Caleb steigt sich nicht ganz so gut in der Schule. Aber guck mal, er ist auch krank. Der Arme. Er ist auch die ganze Zeit noch in seiner Robotergestalt. Ich habe überlegt, ob wir nicht mal... Guck mal hier, das wäre so ein Traum, diese Häuser. Ich habe überlegt, ob wir nicht mal so einen Familienausflug machen wollen. Wow. Also die Häuser in der Stadt sind echt wunderschön. Alpine County ist echt super cool. Eigentlich würde ich auch hier wohnen bleiben. Wir müssen uns einfach nur ein neues Haus kaufen. Ach, die Schnauze. Ey, das geht mir so auf die Nerven. Ich möchte das aufstellen. Ich weiß nur nicht wie. Ich habe ja nämlich im Supernatural Let's Play gesehen, dass bei den Schulen immer so richtig schöne Spielplätze sind. Und die Kids gehen ja, glaube ich, hier oben in die Elite-Schule. Ja, ist das richtig? Genau. Hier ist die Gemeinschaftsschule für Hochbegabte. Und hier sind immer schöne Spielplätze. Und eigentlich können die Kids noch ein bisschen hierbleiben. Dann müssen die gar nicht nach Hause fahren. Und können noch ein bisschen hier auf dem Spielplatz spielen. Lydia muss natürlich noch schnell ins Rathaus. Aber wenn sie das erledigt hat, kommt sie dann nach Hause. Und dann können wir Geburtstag feiern. Oder wir feiern einfach hier Geburtstag, wenn das geht. Theoretisch müsste das doch funktionieren. Ähm, ich habe Malia gerade nämlich noch Robin das Sprechen ein bisschen beibringen lassen. Sie bringt ihm gerade bei, was Gangster heißt. Und äh, 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 geil, Nina, geil, nein. Ähm, wir können ja jetzt hochnehmen, dann mal schnell zum Supermarkt fahren und eine Torte kaufen. Und danach fahren wir dann da hoch und genießen den Tag. Und zwar kaufen wir Lebensmittel. So. Die Jungs sind jetzt noch da. Hey! Ach nee. Ich bin so doof. Lydia fährt ja ins Rathaus. Hier oben zu wohnen wäre auch mal ein Traum, ne. Hier sind auch wunderschöne Häuser. Wow. Wer wohnt hier? Können wir uns nicht hier mal einen angeln? Wow. Das ist echt richtig krass. Richtig, richtig cool. Ähm, ich freue mich schon, wenn Robin dann das Kleptoman-Merkmal hat. Dann werden wir uns hier mit allen anfreunden und werden die ganzen Sachen klauen. Und werden mal hier so Autos klauen. Das wäre super cool, wenn wir die Autos klauen könnten. Das wäre echt mega cool. Naja. Okay. Ach ja, das ist ja so eine interaktive Schule hier, ne. Stimmt ja. Ach ja, und, äh, die Schildkröte ist abgehauen. Von Lydia. Das ist, äh, sehr traurig, aber ist nun mal jetzt so. Können wir jetzt auch nichts dran machen. So, guck mal, hier sind auch schon ganz schön viele Leute. Eigentlich ist es hier super schön. Wir müssten hier viel mehr Zeit verbringen. Weil, ähm, hier können die Kinder sich beschäftigen. Malia könnte sich hier beschäftigen. Sie könnte hier malen. Und, ähm, was vielleicht noch fehlt, ist so ein kleiner Spielbereich für die kleinen Kinder. Oder ist hier ein Sandkasten? Beim Sandkasten kann Robin ja auch spielen. Nee, hier ist kein Sandkasten. Aber wir machen jetzt einfach mal hier... Geht das auch über den Modus? Weiß ich nicht, wie es geht. Moment. Dann machen wir mal Testing. Cheats. Äh, ups. Enable True. Und dann bauen wir mal hier auf dem Einkaufen. Äh, kaufen wir mal auf dem Grundstück hier ein. Und zwar schauen wir jetzt mal, ob wir hier einen günstigen, äh, Sandkasten bekommen. Guck mal, das sieht auch schon mal gut aus. Dann kaufen wir Schildi, die Schildkröte. Was passt denn hier zum Äußeren? Nehmen wir einfach mal diesen gelben. Und dann kann der kleine Robin dann nämlich... Warum ist das so... Was soll das? Warum ist das so verbuddelt? Ich möchte nicht, dass das so verbuddelt ist. Naja, egal. Äh, und dann brauchen wir noch einen kleinen Tisch, wo wir dann gleich die Torte drauf platzieren können. Dann nehmen wir dann einfach diesen, äh, Standardtisch, der für 85 Simoleons. Nehmen wir einfach mal den ganz hellen. Den stellen wir dann hier oben zu den Tischen. Dann können wir nämlich gleich direkt hier dann die Torte verspeisen. Oh, wie aufregend! Dann können wir hier nämlich den Geburtstag feiern. Das ist doch ganz schön, auch wenn es ihr Teenie-Geburtstag ist. Aber, naja. Jaja, okay. Juckt mich nicht. Hier sind dann auch schon andere Leute. Und es ist auch schon ein Mann am Stissel. Hatten wir Sebastian Götter schon? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall seine Frau, schätze ich mal. Sie heißt nämlich auch Götter. Aber das hindert uns ja wie immer nicht daran, uns an ihn ran zu machen, ne? Das ist ja unsere Spezialität. Warum leckt mein Spiel eigentlich die ganze Zeit so? Weil da sind ganz viele Schmetterlinge. Okay, Lydia ist anscheinend immer noch auf dem Weg. Wie weit ist es denn bis zum Rathaus? Wo ist das Rathaus? Oh, da. Okay, mal gucken, ob sie heute noch hier ankommt. Wir haben nämlich schon 17 Uhr. Naja, egal. Wir brauchen eine Geburtstagstorte. Die zweite an diesem Tag. Da nehmen wir doch jetzt dann mal wieder diese Geburtstagskuchen. Und dann schenken wir ihr noch so eine Ente. Auch wenn wir keine Badewanne haben. Naja, okay. Das sollte reichen. 70 Simoleons können wir uns gerade noch eben so leisten. Und danach kommt ihr dann auch mal hier oben hin. Kommt ihr bitte... Ich weiß nicht. Hier hingehen mit Robin Gomez. So. Und wenn Lydia dann auch die Papiere abgeliefert hat, dann können wir hier endlich loslegen. Guck mal, das geht auch ganz schnell. Danach kommt sie dann bitte hier hin. Ach, ich wünsche, sie könnte mit dem Taxi fahren. Aber ich glaube, das geht nicht. Die Leute vom Rathaus waren sehr froh, dass du ihnen so schnell alles vorbeigebracht hast. Auch dein Lehrer ist mit dir zufrieden und verbessert prompt deine Noten. Dann gucken wir jetzt mal. Okay, wir sind immer noch gut. Schade. Naja, sie genießt hier noch ein bisschen ihre Einsamkeit. Oh, hier ist auch noch ein anderes... Ach nee, das ist Harry. Ich bin zu dumm. Er will seine Hausaufgaben machen. Ja gut, wenn du lieber Hausaufgaben machen willst, als hier ein bisschen zu spielen. Mach das. Warum ist es denn jetzt schon so dunkel? Ich wollte, dass wir hier im Hellen noch Geburtstag feiern können. Naja, egal. Da kommt die Mutter schon angedüst. Und Lydia braucht noch ein bisschen länger, schätze ich. Ähm. Warum gehst du jetzt zu Fuß? Oh nein, fährt sie wieder U-Bahn? Ja, sie fährt natürlich wieder U-Bahn. Äh. Okay, aber Malia und Robin sind schon angekommen. Dann können wir doch den Kuchen schon mal platzieren. Und Robin scheint sich hier die Seele aus dem Leib zu schreien. Das arme, arme Kind. Wo ist denn jetzt der Tisch? Da. Da ist der Tisch. Dann platzieren wir doch mal den Kuchen da drauf. Und warten auf Lydia. Er macht da drin sein Haus. Ach, guckt ihn euch an. Das ist so süß. Richtiger Harry. Okay, eher so eine Hermine, aber. Oh. Okay, was macht Caleb? Er ist am Schaukeln. Das ist auch so cute. Machen wir auch mal ein schönes Bild von ihm, während er hier am Schaukeln ist. Im Mondschein. Nein, weil wir einfach so gute Eltern sind, dass er hier mitten in der Nacht noch auf dem Spielplatz ist. Ah, so cute, so cute. Okay, bist du jetzt mal da, Madame? Oh ja, sie kommt immer näher. Gleich ist sie da. Das wäre wirklich sehr toll. Wer wohnt denn da? Oh, Familie Best. Haben wir uns die auch schon geklärt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsst ihr mir das auch mal aufschreiben, wen wir hier schon als Fuddy hatten. Oh nein, sie wollte mit der Schildkrüte spielen. Jetzt ist sie aber abgehauen. Tut mir leid, wir müssen den Wunschschleiner entfernen. So, sie ist endlich da. Das Geburtstagskind ist da, Freunde der Sonne. Wir können endlich Geburtstag feiern. Das sind die Deine Sims klingeln. Aha, interessant. Hat uns dann angerufen. Brandon! Nein, danke. Wir feiern jetzt Geburtstag von unserem Kind. Lydia Gomez hat Geburtstag. Kommt alle her. Bitte. Feiert mit fremde Leute. Ihr könnt gerne mitfeiern. Harry, komm, wir machen jetzt keine Socker mehr. Wir feiern jetzt Geburtstag. Um 8 werden. Oh, Malia. Du bist so eine tolle Mutter. Auch wenn dein Kind jetzt Geburtstag feiern wollte. Aber hey. Ah, guck mal. Guck mal, da geht es schon los. Robin, komm mal hier rüber. Kannst du mal hier rüber krabbeln und hier im Sandkasten spielen oder so? Komm mal. Hä, was? Kann er nicht im Sandkasten spielen? Ich dachte, er kann im Sandkasten spielen. Uh, da drüben sind Glühflämchen. Hallo, Glühflämchen. Wie cool. Ich bin mal wieder so leicht abgelenkt. Juhu. Lydia wird zum Teenager. Unser erster Teenager, Leute. Wie aufregend. Wie aufregend. Juhu. Bitte lass sie schön sein. Bitte lass sie schön sein. Oh. Aufgrund ihrer eher dürftigen Anstrengungen in der Schule darfst du dir kein Merkmal für Lydia aussuchen. Lydia hat folgendes entwickelt. Virtuosen. Hatte ich mir irgendwas für Lydia aufgeschrieben? Nö, ne? Ja, dann ist das doch gut. Virtuosen passt gut, weil dann kann sie nämlich auch mal ein paar Nebenjobs annehmen. Und dann schauen wir uns die Gute doch mal an. Oh mein Gott, sie ist so schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Sie ist wirklich richtig hübsch. Wir warten nochmal ab. Wir schauen sie uns jetzt nochmal genauer an. Oh, sie ist so eine Hübsche. Okay, sie braucht definitiv ein paar andere Augenbrauen. Aber wow. Warum haben alle Kinder grüne Augen? Außer natürlich Harry. Das habe ich aber dann geändert, ne? War das eigentlich Titen, dass ich das geändert habe? Ich weiß nicht. Naja. Ich sitze ein bisschen zu weit vom Mikrofon. So. Oh nein. Oh. Ups. Mein Mikrofon fällt runter. So. Ähm. Erstmal geben wir jetzt andere Augenbrauen, weil die sind mir zu dünn. Ich brauche ein bisschen breitere Augenbrauen. Dafür hat sie nämlich zu eine hohe Stirn. Uh. Die sind schon mal sehr schön. Die gefallen mir sehr gut an ihr. Äh. Die nicht so. Diese auch nicht. Diese auch nicht. Komm, dann nehmen wir einfach diese. Die sind doch super. Das passt sehr gut. Äh. Ich brauche aber auch noch ein paar Wimpern. Aber erstmal noch eine andere Haarfarbe. Oh. Ich lasse mich so leicht ablenken. Es tut mir leid. Vielleicht möchte ich ihr sogar die kurzen Haare lassen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich schaue jetzt erstmal, was ihr alles so steht. Das nicht so. Das sieht schon ganz hübsch aus. Das sieht auch sehr schön aus. Ich suche jetzt wieder hier meine ganzen Custom Content Frisuren ab. Aber eigentlich könnten wir auch mal probieren. Aber eigentlich könnten wir auch mal probieren hier so eine, die nicht Costume Content. Aber die sehen alle nicht so hübsch aus. Oh. Oh nein. Definitiv nicht. Wo ist die Musik? Weißt du? Entweder sie ist laut oder sie ist gar nicht da. Dieses Spiel verarscht mich einfach. Es verarscht mich von vorne bis hinten. Oder wir geben ihr einfach diesen Hailey-Harris-Zopf. Oh mein Gott. Das sieht so cool aus. Oh, ich glaube, der wird's. Ich glaube, der wird's, Leute. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, was vielleicht sonst noch diese Zöpfchen? Nee. Oder sowas? Nee. Sowas? Nee, auch nicht. Okay, ich glaube dann... Oh, vielleicht noch diese. Moment, die möchte ich noch ausprobieren. Oh, das sieht auch gut aus. Diese möchte ich noch ausprobieren. Oh, das sieht auch sehr schön aus. Jetzt bin ich natürlich im Struggle, ne? Jetzt bin ich im Struggle. Ich habe so viele Custom-Content-Frisuren, das ist schrecklich. Die ist auch voll cool. Die habe ich neu. Aber die nehmen wir jetzt nicht. Ich glaube, wir nehmen mal die, weil ich habe ja gesagt, wir lassen hier immer die kurzen Haare. Und das sieht cool aus. Ja, das sieht sehr schön aus. Nehmen wir das. Dann kriegt ihr jetzt noch ein dezentes Make-up. Sollen wir ihr wirklich Lidschatten geben? Ich meine, ich schminke meine Sims eigentlich nie so mit Lidschatten, ne? Vielleicht so ein leichtes Braun, sowas? Oh Gott. Hast du schon mal was vom Verblenden gehört? Lassen wir das mit dem Lidschatten. Das sieht irgendwie immer komisch bei meinen Sims aus. Aber ein paar Wimpern bekommt sie natürlich. Ja, komm, das sieht doch schon schön aus. Ein bisschen natürliche Wimpern. So ein bisschen Kim Kardashian-Highlight. Warte mal, machen wir jetzt mal ein bisschen transparenter. Ne, das ist zu heftig für sie. Für ihr zartes Gesicht. Vielleicht sowas? Ne, das ist alles zu heavy. Sie darf nicht so eine starke Kontur bekommen, weil ihr Gesicht ja schon so schmal geschnitten ist. Aber das sieht schön aus. Wow, sie hat wirklich tolle Lippen. Ich habe eben einen neuen Lipgloss runtergeladen. War es dieser hier? Warum hat er so ein komisches Thumbnail? Oh, das sieht ja blöd aus. Mann, oh, ich habe mich schon voll auf den Lipgloss gefreut. Naja, egal. Nehmen wir diesen hier. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann schauen wir jetzt noch, was wir ihr für Kleidung geben werden. Das ist ja immer der spannende Part. Ich brauche aber immer ein bisschen Musik hier. Gib mir ein bisschen Musik, bitte. Äh, bitte. Danke. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Na, 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 na. Ähm, es ist Frühling, Nina. Behalt es im Hinterkopf, dass Frühling ist. Ich weiß nicht, was ich ihr für einen Stil geben soll. Ich weiß gerade nicht mehr, was sie für ein Merkmal hat. Sie ist ja die Künstlerin. Ah, theoretisch hätten wir ja auch optimal diesen Dreadlock-Stil geben können. Uh, die sind doch cool. Die habe ich, glaube ich, neu. Die kenne ich zumindest noch nicht. Where is the food? Oh my God. Ja, ups. Ja, die werden definitiv. Das T-Shirt wird genommen. Dann gucken wir jetzt noch, ob wir eine schöne Hose finden. Das ist ja immer ein bisschen schwieriger bei den Teenie Sims. So eine zerrissene vielleicht. Äh, das ist ein bisschen viel bauchfrei. Girl. Äh, so ein Röckchen. Nein, definitiv nicht. Aber so eine Highways wäre doch ganz cool. Oh, oh yeah. Oh yeah. Ich glaube, wir haben das Outfit gefunden. Das sieht so cool aus. Yes, yes, yes. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Das geht ja flottiger Loppio heute. Und wenn wir jetzt noch so ein paar coole Airbags haben. Bombe. Dann sieht sie Bombe aus. Ich weiß aber nicht, ob ich Airbags für Teenies habe. Aber ich glaube, ich habe ein paar Vans oder sowas. Gucken wir doch gleich mal, was wir hier haben. Oder so ein paar Doc Martens. Ah, die sind ein bisschen heavy. Ein paar Converse. Converse. Uh, auch cool. Auch cool. Ich gucke nochmal weiter. Was ist mit denen? Ähm, nein. Vans sind natürlich auch cool. Wenn wir so schwarze Vans anziehen. Ich glaube, das sind nicht sogar noch cool. Obwohl, die sehen aber so lang aus. Äh, Superstars habe ich noch. Ne, ich glaube, dann nehmen wir, nehmen wir doch die Chucks, oder? Ja, nehmen wir die Chucks. Wollen wir hier noch ein Piercing verpassen? Wäre doch auch ganz cool, oder? Mal gucken, ob ihr da steht. Äh, wo sind die Piercings? Wo sind die Piercings? Wo sind die Piercings? Diese Skimaske, ne? Sie ist so gruselig. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Hier sind die Piercings. Ein Lippenpiercing? Und die Musik wird wieder laut. Bitteschön, dankeschön. Äh, steht ihr eigentlich sehr gut, oder? Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Stil mit ihr verfolgen möchte. Diesen bisschen so. Ja, ich meine, es passt. Dass sie vielleicht irgendwann auch mal Dreadlocks hat. Und dann, ähm, so, auch so ein bisschen Straßenkunst macht. Und eben auch malt. Aber trotzdem sehr fleißig ist. Und sich um ihre Geschwister kümmert. Jaja, komm, das passt schon. Wenn ihr das Piercings mega doof findet, dann fernicht das wieder. Aber ich finde, das steht hier irgendwie. Der Look sieht auch mega cool aus. Und dieses Oberteil, ich möchte so ein Real Life haben. Das sieht dann weniger cool aus. Da kriegt sie jetzt ein schönes Kleid. Ich habe heute ein neues Kleid runtergeladen. Aber das ist, glaube ich, nur für Erwachsene, leider. Äh, was haben wir denn hier? Ah, das sieht immer aus, wie ich schwanger. Nee, nee, nee. Nee, 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 das wollen wir doch nicht. Habe ich so wenige Kostenkonterkleider für Teenager nur? Ah, das sieht auch irgendwie komisch aus. Was ist mit dem hier? Das benutze ich doch immer. Das haben doch, äh, Riley und Ruby, glaube ich, auch. Ähm, links, let's play, Lebensfreude, let's play. Ähm, nehmen wir einfach mal eins hier aus dem Spiel. Ah, das ist auch irgendwie, äh, ich weiß noch nicht. So was? Ja, komm, nehmen wir jetzt mal so eins, dann kriegst du dazu noch ein paar hohe Schuhe. Das sieht doch auch hübsch aus. Hm, welche nehmen wir, welche nehmen wir, welche nehmen wir? Diese? Ja, komm, das sieht doch schnubbelig aus. Lassen wir es so, dann brauchen wir jetzt noch ein Schlapperzug. Äh, 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 nicht unbedingt. Nicht unbedingt so. Oh, jetzt muss die Jugendliche mit ihren kleinen Geschwistern in einem Zimmer schlafen. Leute, es wird Zeit, es wird definitiv Zeit. Komm, du kriegst hier mal so eine kurze Hose. Also, ich glaub, das ist ein bisschen besser. Ja, komm. Oh, das sieht so knut aus. Kenn ihr schon knut? Ja, das ist jetzt mein neues Wort. So knut. Äh, schicke Sportkleidung. Nehmen wir vielleicht so eine Leggings. Ja, komm, das geht. Damit kann man auf jeden Fall Sport machen. Badekleidung. Bade-Wid. Ähm, schick. Warum, warum immer? Warum muss das immer sein? Äh, ja, dann nehmen wir einfach hier so was Buntes vielleicht. Oder so was Gelbes. Ah, ich weiß nicht. Komm, nehmen wir das. Und dann gucken wir mal, was wir hier an Oberteilen haben. So ein Meergefroberteil vielleicht. Das passt dazu, oder? Oh, oh, so ein Muster ist das. Nee, das mag ich nicht. Nehmen wir dieses Helle. Und hoffentlich gibt es dazu auch eine passende Hose. Nein, natürlich wieder mal nicht. Äh, ja, dann nehmen wir einfach diese Herzchenhose. Die passt auch dazu. Und keine Schwimmflossen, bitte. Oh, das sieht schön aus. Das sieht sehr schön aus. Job brauchen wir nicht. Alltags, äh, Outdoor-Kleidung bräuchten wir eventuell auch noch. So, so. Äh, was ist das für eine Hose? Äh, was ist das für eine Hose? Die Jacke ist ja gar nicht schlecht. Ähm. Ja, da haben wir jetzt nur wieder diese typische, die ich immer benutze. Aber ich habe irgendwie keine Skinny-Jeans für Outdoor-Kleidung für Teenager. Wenn ihr eine coole habt als Costum-Content, dann schickt sie mir gerne mal, weil ich hätte gerne eine. Ist die ein bisschen skinnier? Ja, guck mal, die liegt ein bisschen enger an. Äh, auch wenn die jetzt nicht so mega schön ist. Warte mal, können wir vielleicht eine Jacke anziehen, die da so drüber ist? Ja, das sieht schon besser aus. Komm, machen wir das doch so. Das sieht schön aus. Und fertig ist unsere Lydia. Wow. Wir haben den ersten Teenager. Ich bin wirklich so froh, dass wir endlich einen Teenager haben. Das wird unser Leben um einiges vereinfachen. Um einiges, Leute. Äh, und jetzt essen wir alle gemeinsam Kuchen, bitteschön. Äh, Lydia, wo bist du? Yeah, sie sieht so cool aus. Direkt mal ein Bild davon machen. Von unserer coolen Lydia. Juhu! Äh, zieht direkt mal ihre Outdoor-Kleidung an. Ähm, Caleb, wie wäre es, wenn du mal deinen Roboter-Modus ausschaltest? Guten Appetit, liebe Freunde. Und, äh, und du bist hier, du solltest hier in, warum kannst du nicht mit dem Mann spielen? Ich wollte, dass du mit dem Sandkasten spielst. Ich hab ihn echt so für dich gekauft. Kannst du wenigstens rutschen oder so? Schwippen? Nein. Nichts kann er. Nichts kann er. Kann er irgendwas so? Nein, kann er nicht. Okay, dann muss er jetzt da sitzen und warten. Oh, sie sieht auch echt ein bisschen aus wie ihre Mama, oder? Bilde ich mir das ein. Guck mal, wenn man sie so vergleicht. Man sieht schon, dass sie Tochter und Kind sind, oder? Verstehen die sich eigentlich? Haben die gute Verhältnisse? Hier, guck mal, sowas. Sowas könnte ihre Freundin werden. Ja, ja. Und dann können die zusammen immer so malen und sowas. Warte mal, ich muss noch kurz nochmal. Sie ist einzigängig, bitte urseln, glänzlerisch und Computerfreak. Okay, gut, dann hab ich sie jetzt wieder auf dem Schirm. Oh, guck mal, wie sie hier alle zusammen essen. Ups. Unter dem Sternenhimmel. Heißt das so? Geht das nicht so? Ich weiß es nicht. Das Maskottchen ist mal wieder am Stissel. Caleb sitzt hier oben alleine. Und isst Kuchen oder so? Nein, er friert. Okay, und ich würde sagen, ich beende den Part mal an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich freue mich so sehr auf die kommende Zeit, weil wir jetzt endlich einen Teenager haben. Und der so schön ist, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich das Pissing wieder wegmache, dann schreibt mir das in die Kommentare. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Und, ähm, ja, schreibt mir in die Kommentare, ob wir die Stadt wechseln sollen oder lieber hier ein neues Haus kaufen sollen. Weil, wie gesagt, hier gibt es echt super coole Häuser. Guck mal, sie übernimmt hier schon ihre Pflicht. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Nimm ihn mal hoch. Komm, tu es. Malia, geh du weg, bitte. Ach so, geh jetzt gar nicht zu ihm. Hä? Naja, okay. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.